Nein, das ist nicht wichtig. Das ist Benno. Und er hat ein Problem. Und seine Freundin hat kein Verständnis. Schatz, ich fühle Ihren Sand. Und wenn man das riecht... Was ist das? Dann schläft man ein. Das rieselt aus mir raus. So. So. Ah. Das ist keine Metapher. Mhm. Ich fühle tatsächlich Sand. Mhm. Schönes Bild. Und nur Dida kann ihm helfen. Heute ist Tango. Im Schwanen. Aber er weiss es nicht. Häng zu! Und sie mag ihn nicht. Ah! Ich merke es ja ganz genau. Etwas ist komisch. Und das ist sicher nur eine Phase. Es muss irgendeinen Zusammenhang geben. Der Inger rieselt etwas. Und du rieselst. Hilfe! 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 Schlauze jetzt! Schlauze jetzt! Jalalalalalalala- Vielen Dank.